In der heutigen Zeit wird immer mehr Wert auf die Zahngesundheit gelegt. Neben regelma-eigen Vorsorgeuntersuchungen und professioneller Zahnreinigung spielt auch die Behandlung von erkrankten Zahninen eine wichtige Rolle. Eine der effektivsten Methoden, um infizierte Zahnie zu retten, ist die Wurzelkanaltherapie. Die Wurzelkanaltherapie ist eine Behandlungsmethode, die zur Behandlung von infizierten oder Enzereinviertelndeten Zahninen eingesetzt wird. Oft entsteht eine Infektion im Zahninneren, wenn Caris unbehandelt bleibt und bis tief in das Zahnbein vordringt. Die Folge sind starke Schmerzen, Schwellungen und in einigen F-Alen sogar Abszesse. Um den Zahn zu retten und weitere Komplikationen zu vermeiden, ist eine Wurzelkanalbehandlung unumganglich. Der Ablauf einer Wurzelkanaltherapie ist vergleichsweise komplex und erfordert prazises Vorgehen. Zuna-CHST wird der betroffene Zahn unterartlicher Beta-Ubung GE-Afnid, um Zugang zum Wurzelkanal zu erhalten. Anschließend werden die Enzereinviertelnetengewebe und Bakterien aus dem Kanal entfernt und GA-1-Viertel endlich gereinigt. Um sicherzustellen, dass alle Infektionen beseitigt sind, wird der Kanal mit desinfizierenden Lassungen GESPA-1-Viertel-LT. Danach wird der Kanal mit einer speziellen FA-1-Viertel-Lung verschlossen, um weitere Bakterien fernzuhalten. Eine Wurzelkanalbehandlung ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch a-weierst effektiv. Sie ärmer glicht es, den betroffenen Zahn zu erhalten und eine erneute Infektion zu verhindern. Viele Patienten sind a-1-Viertel-Berascht, wie schnell sie nach der Behandlung eine deutliche Verbesserungs-Bah-1-Viertel rennen und wieder schmerzfrei kauen kann ihn. Einige Menschen haben jedoch Angst vor einer Wurzelkanaltherapie aufgrund von veralteten Vorurteilen. Sie glauben, dass die Behandlung extrem schmerzhaft ist und lange dauert. Diese Vorstellungen sind jedoch veraltet und entsprechen nicht der Realität. Moderne Technologien und Behandlungsmethoden haben die Wurzelkanaltherapie zu einem schnellen und schmerzfreien Verfahren gemacht. Es ist wichtig zu betonen, dass eine Wurzelkanalbehandlung nur unter bestimmten Voraussetzungen erforderlich ist. Wenn der Zahn stark beschadigt ist oder eine tiefe Karis vorhanden ist, sollte eine Wurzelkanaltherapie in Betracht gezogen werden. In anderen FALN kann ihn alternative Behandlungsmethoden wie eine Zahnvereinfiertelung oder eine Zahnkrone ausreichen. Um die Erfolgschancen einer Wurzelkanaltherapie zu erhauen, ist es wichtig, den Zahnarzt ihres Vertrauens aufzusuchen. Ein erfahrener Endodontologe kann eine präzise Diagnose stellen und eine individuelle Behandlungsplanung erstellen. Durch regelmaheige Untersuchungen und eine gute Mundhygiene kann ihn weitere Infektionen vermieden werden. Insgesamt ist die Wurzelkanaltherapie eine effektive Methode, um infizierte Zahnarzt-Prazise zu retten. Mit modernen Technologien und erfahrenen Fach-KFTN ist die Behandlung schnell, schmerzfrei und von hoher Erfolgsquote. Wenn Sie also Probleme mit einem infizierten Zahn haben, zahlgern Sie nicht, einen Zahnarzt aufzusuchen und sich A1 Viertel BER die Magglichkeiten einer Wurzelkanalbehandlung beraten zu lassen. Ihre Zahngesundheit liegt in Ihren HDen, also handeln Sie rechtzeitig, um Ihren Zahn zu retten und wieder schmerzfrei Latschellen zu karnieren. Zahnarzt-Prazise Zahnarzt-Prazise